Hi, review, review, review. Und jetzt werden halt einige Sachen auch konkreter und es kommen immer mehr Details langsam. Und der Standort für die neue Achterbahn, die jetzt auf jeden Fall kommen soll, wäre dann nördlich des Kreisverkehrs an der Europaparkstraße und soll auch im bestehenden Park entstehen. Also nicht irgendwie extra Fläche drumherum, sondern in der Parkfläche, die es jetzt schon gibt, da soll diese Bahn reinkommen. Und das Ganze wäre dann gegenüber der parkeigenen Gärtnerei. Und der Streckenverlauf der neuen Achterbahn soll dann zwischen Lagerhallen und Verwaltungskomplex sich befinden. Und die Seite der Achterbahn soll auch noch vom Dorf abgewandt sein. Dennoch gibt es Kritik, was das angeht. Und natürlich überwiegend auf, nicht natürlich, ich will jetzt hier niemandem irgendwas unterstellen, vom ABFR, aktive Bürger für Ruscht. Denn man befürchtet noch mehr Lärm für die Rusta oder Ruscha. Und es ist wohl nicht unendlich addierbar, die Lärmbelastung. Und Wodan wird ja auch gefühlt immer und immer lauter. Aber von Seiten des Parks, beziehungsweise auch Mugrides und Magnext, wird kommuniziert, dass man da schon auf der Suche nach Lösungen ist und es verschiedene Sachen gibt, die man sich einfallen lässt, einfallen lassen hat, um die Lärmbelästigung so gering zu halten, wie es nur geht. Es gibt außerdem auch Bedenken, was Wandhöhen betrifft, dass man nicht zwölf Meter hohe Wände dort hochzieht, sondern halt bei einer Grenze von zehn Metern bleibt. Und auch aus Umweltschutzgründen soll es keine Dauerbeleuchtung geben. Und die Leuchtmittel, die man dann einsetzt, dürfen auch nicht von unten nach oben gerichtet sein. Und bei diesem ganzen Projekt geht es jetzt aber auch nicht nur primär um eine neue Achterbahn im Park, sondern auch die Infrastruktur soll neu geordnet werden. So sind auch betroffen die Gärtnereien mit Betriebshof und die Werksfeuerwehr, die dann zusammengelegt werden sollen. Aber das ist natürlich ein Thema, was jetzt für viele von euch nicht unbedingt so spannend ist. Ihr seid ja wegen der neuen Achterbahn hier. Und alle Infos aus diesem Video hier und noch mehr Details findet ihr auch beim Schwarzwälder Booten unter schwarzwälder-boote.de. Da könnt ihr diesen Artikel euch dann nochmal durchlesen zu der neuen Achterbahn und den ganzen Plänen und was auch die Rusch da sagen und so weiter und so fort. Das kriegt ihr da alles komplett. Aber wir wollen ja über die Bahn sprechen. Und wenn es eine neue Achterbahn für den Europa-Park geben soll, die ja dann wahrscheinlich aus dem Hause McRides kommt, ist es ja entweder so, ist es was komplett Neues, Revolutionäres, was es so noch nirgendwo gibt. Und auch von McRides eigentlich noch nie irgendwo vorgestellt wurde. Oder es kommt so wie jetzt, aber das ist auch wieder ein bisschen was Neues. Denn es soll quasi von McRides den Big Dipper geben. Aber die weiterentwickelte Version des Big Dipper, also Big Dipper 2.0. Wenn ihr euch jetzt fragt, was ist bitte ein Big Dipper? Von dieser Achterbahn-Art gibt es bisher nur zwei Anlagen auf der Welt. Einmal Lost Gravity im Wallaby Holland und zum anderen Dynamite im Freizeitpark Plon. Einmal in den Niederlanden und einmal auch in Deutschland. Und das Ganze soll halt hier eine weiterentwickelte Version sein. Was ich jetzt schon mal sagen kann, ist, dass Lost Gravity und Dynamite beides wirklich richtig gute Achterbahnen sind, die richtig Bock machen. Und beim Schwarzwälder Boten spricht man von Magnetbeschleunigungsstrecken. Wo ich dann vermute, dass das ein LSM-Launchcoaster sein soll. Und wenn man Magnetbeschleunigungsstrecken schreibt, würde ich jetzt nicht jedes Wort auf die Goldwaage legen. Aber es ist ja die Rede dann von Strecken, also die Mehrzahl. Also könnte man sich hier vorstellen, dass es ein Multi-Launchcoaster werden könnte. Jetzt sind wir schon ein bisschen in der Gerüchteküche gelandet. Denn mehr Details dazu, was es konkret wird, die werden erst dann veröffentlicht, wenn es dann weiter in der Planungsphase voranschreitet. Also die werden uns natürlich hier auch auf dem Laufenden halten. Aber ich kann mir wirklich gut vorstellen, dass man dann wirklich einen gelaunchten Big Dipper sich da hinbaut. Eine Spitzengeschwindigkeit von 80 kmh soll die Achterbahn auch haben. Und Bluefire nicht überragend, also wird jetzt auch nicht so gigantisch hoch, soll aber kapazitätsmäßig an Silverstar rankommen. Und Silverstar fährt 1750 Personen pro Stunde weg. Das ist echt viel. Und das auf dem Big Dipper finde ich ziemlich spannend. Zum Vergleich Lost Gravity fährt 800 Personen pro Stunde weg. Zu Dynamite habe ich keine verlässlichen Zahlen. Dynamite ist aber eine viel kleinere Anlage und hat auch, glaube ich, sogar weniger Züge als Lost Gravity. Also sind wir da wahrscheinlich auch unter den aktuellen Personen pro Stunde. Da bin ich wirklich gespannt, wie man mehr als das Doppelte bei dieser Anlage im Europapark umsetzen möchte. Aber sehr cool, sehr interessant und diese Big Dipper, um das nochmal zu erklären, man hat keinen Zug, auch wenn in diesem Bericht von Zügen gesprochen wird. Man hat halt einen einzelnen Wagen mit zwei Reihen und pro Reihe sitzen vier Leute nebeneinander. Die beiden mittleren Plätze jeweils sitzen halt wie bei Bluefire zum Vergleich. Und die beiden äußeren Plätze sind in der Luft. Die sind links und rechts neben der Schiene und haben unter sich quasi nichts und sind auch ein bisschen versetzt. Ich glaube sogar noch ein Stück höher als die mittleren Sitze. Mega cool, also vor allem auf den äußeren Plätzen macht das richtig Bock. Ihr kennt natürlich auch alle von der Dynamite Öffnung Roland Mack und könnt das Mack Produkt da auch zitieren. Da bin ich mir ziemlich sicher. Auf jeden Fall sehr interessant und das Ganze gibt es halt mit mehreren Inversionen bei den beiden bisher bestehenden Anlagen. Wäre vermutlich ja auch dann eine Idee für die neue Bahn im Europapark. Aber nicht nur das ist spannend, was ich auch noch interessant finde, ist halt die Frage, wird es eine unfassbar krasse Achterbahn, die so für sich einfach eine Attraktion darstellt? Von Geschwindigkeit, jetzt nicht Geschwindigkeit, aber vom Fahrablauf, von der Menge an Inversionen oder, oder, oder. Also ich spreche jetzt einmal Geschwindigkeit und Höhe sprechen schon mal nicht für Rekorde, aber es kann natürlich die meisten Inversionen haben oder die längste Fahrt der Menschheitsgeschichte oder, oder. Oder wird es halt so ein Ding, was Thematik gut aufgreift, ein Konzept hat, eine Story erzählt und einfach eine krasse Mischung aus Achterbahnfahrt, Thematisierung, Story und Gesamterlebnis wird. Das frage ich mich und was ist eure Meinung dazu? A, mega krasse Achterbahn oder B, total krass durchdachtes, konzipiertes, thematisch wahnsinniges Gesamterlebnis? Oder was allgemein könnt ihr euch vorstellen? Was denkt ihr, was habt ihr für Vermutungen? Was wünscht ihr euch? Was sind eure Meinungen zu dem neuen Big Dipper im Europapark? Gerne damit in die Kommentare. Ich bin sehr, sehr gespannt, was ihr da so euch durch den Kopf gehen lasst. Das ist ja immer super interessant und spannend, wenn viele unterschiedliche Gedanken zusammenkommen. Und ja, ich bin sehr gespannt auf die neue Bahn im Europapark und das kann eigentlich nur ziemlich gut werden. Ansonsten war es das jetzt von mir an dieser Stelle mit diesem Video. Jeden Tag um 18 Uhr gibt es ein neues Video hier auf dem Kanal. Manchmal gibt es auch noch ein zweites Video um 6 Uhr, das habt ihr bestimmt auch schon mitbekommen. Und ihr abonniert diesen Kanal, um es zu verpassen. Ich bin jetzt raus, ihr seid die coolsten. Euer Bro für das Radio-Video-Magazin.